Ja, da sind wir wieder bei 4. Kann sein, dass ich nicht da anfange jetzt gerade, wo ich aufgehört habe. Weil ich ja neu laden musste. Aber wir gehen mal weiter. Ist der hier, ist der hier. Ja, wir sind wieder hier bei dem... Typ. Wo gleich das scheiß Mädchen... Und dauert auch schon wieder ab. Hier sind wir wieder bei den Leichen. Wir gehen hier auch direkt wieder hoch. Und da gleich kommt die verfickte Göre. Jetzt hau ich direkt ab. Was war da denn los? Hm. Ach, okay. 0-3, Eskalation. Der verbliebene 4-Kampfeinsatzagent wird versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Die technische Offizierin von 4 und die SSEGD ist gerade suchen weiter nach dem vermissten 4-Einsatzagent. Alles klar. Er lebt! Soll ich eine Heber kein einrufen? Hallo! Wir gehen hier. Wir gehen hier. Aber ich weiß echt nicht, wie er überlegen konnte. Das ist jetzt nicht unsere erste Sorge. Ich hoffe, Vettel Sender nahe an dieser Position. Wir müssen den Kerl ledigen und zwar schnell. Wie hinten, suchen Sie weiter nach Jankowski. Sie können ihn nicht allein reinschicken. Das ist Wahnsinn. Er kann auf sich aufpassen. Und jetzt los! Klar kann ich auf mich aufpassen. Vorsichtig sein da drin. Wo meinen denn? Eines Glück, dass Sie noch leben. Sie sollten sich lieber auf den Weg machen. Ja, hier doch. So. Ähm. So. Ein Auto! So. Eine Leiche. Ich kann Ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärkung mehr schicken. Meine Leute wurden eben zum Haku von Armecam abkommandiert. Da läuft was ganz Großes. Ach nee. Meine Leute sind da mitten drin. Schon verstanden. Ich wünschte, ich hätte ihre Bergen. Sind es die selten längsten? Sieht so aus. Ich habe noch keine Details. Einen Hammer könnte ich nicht nehmen. Das ist wohl kein verdeckter Einsatz wäre. Dann mal weiter. Äh. Ich habe Angst, dass hier wieder so eine Scheiß-Theorie sind. Links nichts. Rechts nichts. Rüber. Da. So. Hier ein kleines feines Graffiti. Äh. Gehe ich denn da rein oder da rein? Erstmal hier. Ach okay. Hat es sich erledigt. Ey. So. Mann. Ich kann meine Füße sehen. Oho. Ah okay. Sie haben eine neue Nachricht. Mike was zur Hölle ist da drüben los. Klang wie eine Explosion. Ich kann da keinen erreichen. Ruf zurück. Ende der Nachrichten. Und dann sicherlich hier rüber. Und hier runter. Okay. Ah. Ja. Warum ist jetzt hier alles Dock-Doos da? Oh Gott. Oh Gott. Alter. Boah. Das ist schon etwas gruselig hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, Leute, das war ein Hund. Ihr habt es richtig gehört. Jut. Ich kann ja auch einen auf den hier machen. Ja, was haben wir denn hier? So, wie kann ich jetzt meine Waffe wechseln? Achso. Achso. Ja. So, da ist nichts. Hier auch nichts. Aber da ist doch einer und der ist auch tot. Headshot. Hier ist keiner mehr. Muni. Muni. Nachladen. So, da kann ich hoffentlich rein. Nein, kann ich ja natürlich nicht. Ähm, dann gehe ich mal runter. Ja. Aber hier finde ich auch nichts. Ah, da geht es noch weiter. Okay. Okay. Gut. Auch nichts. Ja, wie duck ich mich jetzt? Ach, nee. Ähm. Ah, okay. Aber hier ist kein Schlüssel oder sowas. Mist, Mist, Mist. Mist. Da bin ich hergekommen. Was war das? Keine Ahnung. Ob es im Spiegel war oder hier bei mir in Hütte. Ach, ich bin jetzt... Nee. Nee, nee, nee. Ähm. Ähm. Ja. Hier ist auch nichts. Ich habe es verpasst. Nochmal rumschauen. So, du hattest nichts. Hier lag nichts. Ähm. Ich werde kommen. Da unten vielleicht. Mediback. Auch schön. Ja, wo soll ich hin? Ähm. So, hier ist zu. Kann ich die nicht aufschießen? Ja, komm ich. Okay, hier rüber. Ah, jetzt bin ich hier hinterher. Alles klar. Gut. Mal nachladen. Und weiter geht's. Wow. Oh.